Der Klub ist a Depp. Oder kann man in dieser Saison eventuell wieder oben angreifen? Das schauen wir uns im heutigen Video an und deswegen herzlich willkommen zur Saisonvorschau 1. FC Nürnberg. Doch wie immer gehen wir zurück in die letzte Saison. Platz 12, 40 Punkte. Das klingt jetzt relativ souverän, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das wirkte zwar lange Zeit so, dann hat man aber plötzlich das Spiel komplett eingestellt und ist immer weiter runtergerutscht und hatte lange Zeit dann auch etwas Glück, dass unten gefühlt alle gepunktet oder wieder gar keiner gepunktet hat und dass man vorher schon den einen oder anderen Punkt mehr geholt hat. Lange Zeit abhängig war man natürlich unter anderem von Can Usun. Das war der Ausnahmespieler, da kommen wir natürlich auch bei den Abgängen gleich zu. Man muss dazu sagen, es fehlte die Konstanz und man hatte die zweitschlechteste Defensive zusammen mit Kaiserslautern. 64 Gegentore bei gleichzeitig nur 43 geschossenen Toren. Das tut einfach weh. Und dann gab es natürlich auch immer wieder Unruhen auf und neben dem Platz. Unter anderem Dieter Hecking, der seinen Stuhl geräumt hat mittlerweile. Christian Fjell als Trainer ist auch nicht mehr da und wir werden auch bei den Abgängen sehen, es hat sich einiges getan im Klub, aber die Konstanz in der letzten Saison, die hat auf jeden Fall gefehlt, auch wenn man relativ sicher dann weiter in der zweiten Liga geblieben ist. Doch mit dem neuen Trainer soll alles besser werden und das ist ein durchaus bekannter Name, denn es ist Miroslav Klose, die natürlich absolute Fußballlegende, ist mittlerweile Trainer, war vorher bei Alltag und ja, 24 Spiele, 0,83 Punkte Schnitt sprechen jetzt ehrlicherweise nicht für die absolut beste Phase im Verein dort. Man muss dazu sagen, Alltag, da ist es auch nicht ganz leicht, aber trotzdem ist das schon sehr, sehr schlecht zugegebenermaßen, hat einen Vertrag bis 2026 und ist natürlich eine absolut spannende Lösung, weil wenn der funktioniert, dann hast du da richtig was im Köcher, denn als Spieler ist der so bekannt, der wird erstmal auch bei den Spielern an sich einen Stein im Brett haben, denn der Name zieht. Klar, der zieht nicht so wie ein Xabi Alonso oder sowas, aber insbesondere bei deutschen Spielern zieht der Name Miroslav Klose wie kaum ein anderer. Man muss dazu sagen, er hat keinen wirklich einheitlichen Spielstil. Er hat mal mit einer 3er- bzw. 5er-Kette gespielt, hat aber in der Gesamtheit am häufigsten zumindest im 4-2-3-1 gespielt. Das kann aber sehr gut von Spiel zu Spiel wechseln, dass du plötzlich mit was ganz anderem aufläufst. Schauen wir erstmal jetzt die Abgänge an und man muss sagen, das ist eine ganze Liste. Ich zeige euch das hier mal wieder, alleine die Spieler, die vereinslos sind. Johannes Geis, gerade erst bekannt gegeben, dass man sich im guten Trend und den Vertrag auflöst. Aber unter anderem zum Beispiel Sebastian Andersson, also vor ein paar Jahren habe ich noch echt viel von dem gehalten, wollte den Söger bei meinem Verein haben, mittlerweile vereinslos. Ein Lorenz, ein Lohkämper, wir haben einen Klaus, einen Hübner, einen Schindler, alle die sind vereinslos. Und dann kommen noch die Spieler, die unter anderem verkauft wurden. Und unter, naja, ich glaube, die größte Bedeutung hat da Can Uso. Ganz klar, 11 Millionen Euro werden es wohl am Ende ungefähr sein. Eintracht Frankfurt hat sich die Dienste des nur 18-Jährigen, 18-Jährigen gesichert. Darüber hinaus unter anderem noch Wegesser nach Kaiserslautern, aber auch noch Bräuning, unter anderem nach Jan Regensburg. Wir haben auch noch ein paar andere Namen, wie Dnie Schalke, als Schalke-Fan, nun gut, Tschüssi, Kowski, schön, dass du weg bist. Und noch ein paar andere, der Klub hat richtig aufgeräumt, da sind richtig viele Spieler weg. Und gleichzeitig heißt das aber auch, und da kommen wir jetzt zu den Zugängen, da ist auch einiges passiert. Und man muss sagen, und wieder was passiert ist, denn da sind Namen dabei, wow, die hätte ich auch gerne. Und da muss ich sagen, da hat der 1. FC Nürnberg richtig gute Arbeit geleistet. Ich glaube, der natürlich, ich nenne es mal Königstransfer, ist Robin Knoche. Der kommt von Union Berlin und da bin ich so gespannt drauf, was der beim Klub wirken kann. Gleichzeitig auch ein Danilo Suarez, kommt von Bochum, ist natürlich mittlerweile auch schon 32 Jahre alt. Aber das ist trotzdem, wie ich finde, eine richtig geile Verstärkung für den Klub. Man hat auch zum Beispiel einen Florian Pick für linksaußen geholt, was allerdings auffällt. Man gibt kaum bis gar kein Geld aus. Der Klub spart, holt sich aber trotzdem richtig gute Spieler. Wie gesagt, unter anderem Suarez. Du hast aber auch noch einen Kaspar Janda dabei. Der ist erst 21 Jahre alt, kommt vom Absteiger Duisburg. Ich halte sehr viel von dem und bin sehr gespannt, wie der beim Klub vielleicht nicht in der nächsten Saison, aber über die nächsten ein, zwei Jahre funktionieren kann. Ich glaube, dass das in die Zukunft gesehen ein richtig guter Spieler ist, den man ablösefrei hier bekommt. Zu dem Zeitpunkt, das wirst du wahrscheinlich nicht wieder, wenn der sich gut entwickelt. Dementsprechend, wenn ich auf die Zugangsseite schaue, bis jetzt für mich alles richtig gemacht. Und es gibt ja auch noch Gerüchte, unter anderem um noch einen Stürmer, der dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr Erfahrung mit einbringt. Denn da ist man schon noch ein bisschen dünn besetzt, ehrlicherweise. Ich glaube, da kann aber unter anderem noch was passieren. Man hat ja sich bereits in Griechenland per Laie bedient. Da wird aber noch was passieren. Und wenn man das dann auch noch bekommt, meine Herren, der Klub baut auf jeden Fall. Schauen wir uns wie immer hier einmal den Kader an. Und ich muss sagen, der Klub hat einen richtig spannenden Kader. Das habe ich vorher gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber der ist richtig spannend. Und Marktwert insgesamt momentan ungefähr 26,65 Millionen, Transfermarkt.de, immer so eine Schätzung. Aber das finde ich richtig spannend. Die haben richtig gute Spieler dabei, was für mich persönlich noch ausbaufähig ist. Das habe ich ja bereits gesagt, ist der Sturm. Da fehlt mir schon noch ein Stürmer auf jeden Fall. Ansonsten sieht das schon sehr interessant aus. Du hast momentan natürlich noch die ein oder andere Verletzung. Muss man auch sehen. Ein Tim Handwerker ist, glaube ich, meines Wissens verletzt. Du hast auch noch dann noch andere Spieler, die verletzt sind. Aber wenn die alle fit sind, dann ist das echt interessant. Und ich glaube, das gibt dann zwei Möglichkeiten. Entweder klappt das mit Klose richtig gut oder das geht richtig nach hinten los. Wie immer habe ich euch hier jetzt natürlich auch eine Aufstellung zusammengebastelt. Ich bin jetzt mal ins 4-2-3-1 gegangen. Das kann man natürlich anpassen. Wie gesagt, Miroslav Klose hat immer mal wieder unterschiedliche Aufstellungen spielen lassen. Ich habe es jetzt dabei belassen. Wie angekündigt, Sturm. Da tue ich mich noch schwer mit. Auch Schleim auf der offensiven Mittelfeldposition. Da wird es wahrscheinlich auch noch andere Möglichkeiten geben. Ansonsten, ganz ehrlich, wenn ich die Aufstellung sehe, die weckt schon zumindest mal die Fantasie. Aber da kommen wir dann jetzt im Fazit zu. Der Klub hat einen richtig spannenden Kader und ich glaube, den darf man nicht unterschätzen. Wie ich bereits gesagt habe, bei Klose, entweder das funktioniert richtig gut oder das geht so richtig nach hinten los. Da habe ich gefühlt noch ein bisschen Sorge, dass das Alltagding vielleicht echt Klose war. Auf der anderen Seite könnte ich mir aber auch vorstellen, dass es richtig gut funktioniert. Der Verein bzw. diese Mannschaft hat auf jeden Fall Qualität. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es in Richtung Aufstiegskampf geht. Ich glaube, man wird eine solide Saison spielen. Aber ganz ehrlich, also so schlechter als Platz 10 sehe ich die zumindest mit dem Kader erstmal nicht. Was dann neben dem Platz passiert, was als Trainer passiert, sei mal dahingestellt. Aber wenn ich die so sehe, würde ich sagen, ganz entspannt 8, 9, 10. So in diesem Niveau könnte man sich sehr gut einpendeln. Fantasie nach oben, da muss schon vieles dazwischen kommen. Auf der anderen Seite Fantasie nach unten, auch nur sehr begrenzt. Ich glaube, das wird eine sehr solide Saison. Und wenn man das Ganze weiterentwickeln kann, dann auch mit Klose, dann kann das in den kommenden Jahren richtig spannend werden. Deine Meinung gerne mal unten in die Kommentare und nicht wundern. Es kann bald mal so zwei Videos am Tag kommen, denn ich möchte natürlich alle 18 Mannschaften durchbekommen, bevor die Saison beginnt dementsprechend. Wir müssen uns da ein bisschen dran halten. Dann sehen wir uns bei der nächsten Mannschaft.